Warum ich hier sitze, hat nun die Bewandtnis, dass wir, dass die AfD-Fraktion auch hier in der Politik einen großen Erfolg erzielen konnte, nämlich dass diese Kreisgebietsreform, wie sie sich uns dargestellt hat, von dem Herrn Woitke eben abgeblasen worden ist. Und das geht auch auf ein großes Stück. Davon geht auch auf unser Konto, weil wir von Anfang an eben gegen diese Kreisneugliederung gewesen sind und schon immer die Landesregierung dazu aufgefordert haben, die Brandenburger ernst zu nehmen in dem, was sie da entscheiden wollen. Und somit hat der Herr Woitke dann auf seinen Amtsvorvorgänger, den Herrn Stolpe, gehört und das Ganze abgeblasen. Was sich nachher dann der Herr Görke dabei gedacht hat, dass er jetzt diesen Neustart in die CDU und auch wir, aber dazu kommen wir gleich noch, fordern, nämlich Neuwahlen, das als dilettantischen Klamauk zu bezeichnen, empfinde ich schon als starkes Stück. Eben jener Finanzminister hat es ja zwei Jahre lang nicht für nötig gehalten, uns irgendwelche Zahlen zu nennen, die dieses große Reformvorhaben dann tatsächlich kosten sollte. Und wenn das kein Dilettantismus ist, dann weiß ich nicht, was er sich dann jetzt noch vorgestellt hat, weil für uns und auch für andere in der Brandenburger Bevölkerung hat Rot-Rot fertig. Nicht nur wegen dieser Geschichte mit der Kreisgebietsreform. Da haben wir ja auch zahlreiche Ministerabgänge zu beklagen oder erfreulicherweise wie zum Beispiel den Herrn Baske, der da jetzt nicht mehr Minister ist oder den Herrn Markhoff, der da abgegangen ist. Und wir fordern als AfD-Fraktion eben nicht nur den Herrn Woitke zum Rücktritt auf, sondern auch die gesamte 88 Mitglieder des Landtages einen richtigen Neuanfang zu wagen und dort zu Neuwahlen sich aufzuraffen. Die Landesregierung hat hier halt wie ein Pokerspieler gehandelt. Sie hat geblöfft, sie hat dann geblinzelt und die Opposition, also wir, wollten sehen und da haben sie verloren. Sie haben also den Jackpot verloren und das gesamte Spiel verloren und somit müssten wir einen richtigen Neustart wagen und dazu würde ganz gerne der Fraktionsvorsitzende etwas sagen. Nachdem inoffizielle Gespräche mit der CDU da völlig, also nicht ganz völlig überraschend keine Kooperation ergeben haben, auch einen Antrag eingebracht jetzt zur Auflösung des Landtages. Wir glauben nicht, dass sowohl der Ministerpräsident auch als auch seine Regierung so davon kommen sollten. Das, was da geschehen ist im Ablauf, auch das Versagen ist zu groß, als das mit einer Regierungserklärung, wie es ja mutmaßlich geplant ist, wegbügeln zu können und dann mit einem Weiter-so, im Grunde weiter zu wursteln. Übrigens auch ganz praktisch, ich stelle mir dann die Frage, wenn wir jetzt eine Verwaltungsreform, wie auch immer das aussehen soll, in einer abgespeckten Variante, das wissen wir noch nicht, wenn das vermittelt werden soll, wer soll das denn tun? Soll das ein Innenminister tun, der jetzt mit dieser Vermuchsenkreis-Gebietsreform schon jedes Vertrauen verloren hat? Es war eine große deutsche Boulevardzeitung, die mal diesen Begriff von Patekswoit geprägt hatte in den letzten Tagen. Da wird also dran geklebt an diesem Posten, der Vertrauensverlust ist immanent, auch bei den Bürgern. Und da kann man eben rot-rot nicht weiter wursteln lassen, wenn man Verantwortung ernst nimmt. Deshalb finden wir das auch kontraproduktiv, was die Grünen sagen, die dann meinen, naja, da sollen die mal weitermachen und sollen das mal in den Griff kriegen. Das ist eine Glaspalast-Perspektive. Warum? Wer hat es auszubaden? Die Menschen draußen. Und darum muss es ja gehen. Hier geht es nicht um Parteienspielchen, sondern hier geht es letztlich darum, wie wird verantwortungsvoll Politik gemacht? Wie wird auch verantwortungsvoll mit Mitteln umgegangen? Ist auch ein ganz wichtiges Thema. Eine Frage, die viel zu wenig thematisiert wird aus meiner Sicht. Was hat uns denn der ganze Spaß bisher gekostet? Wir kennen das ja, wenn es um große Summen geht, analog zum BER, dann trifft ja immer das Prinzip der organisierten Unverantwortlichkeit zu. Keiner war es und das Geld ist weg. Und das war ja auch in der Vorbereitung dieser völlig vermuchsten Kreisgebietsreform so. Also insofern kann es weiter so nicht geben. Hier ist ein Neuanfang gefordert, den wir natürlich auch als AfD mit Blick auf die Wahlergebnisse der Bundestagswahl durchaus optimistisch entgegen sind. Vielen Dank.